Leute, ganz kurz bevor das Video losgeht, möchte ich nochmal ganz kurz was sagen und zwar könnte ich hier ganz gut sehen, es sind wieder 20 Dislikes und 9 Likes. Ich habe jetzt gar nicht so viel Lust, dass alle fragen, hä, warum, warum sind da 20 Dislikes? Ich kann nicht so viel sagen, ich weiß es selber nicht, das sind anscheinend Doppelaccounts, also das Video hatte vorher 2 Dislikes, jetzt hat es 18 mehr bekommen, also 20. Und ja, es ist auf jeden Fall nicht 20 Personen, sondern es sind wirklich einer, also eine Person, Dislikes mein Video mit 20 Doppelaccounts, finde ich halt nicht so klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ähm, nun ja, ich wollte es nur nochmal vorab sagen, falls jemandem irgendwas auffällt, keine Ahnung, der komische Kommentare schreibt oder so und immer, ich weiß nicht, manchmal beleidigt oder so, dann sagt mir das gerne. Ähm, und ansonsten, ja, würde ich sagen, wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Tschüss. Hallo, meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mein Master und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr vielleicht gerade schon sehen, meine Website, da steht nämlich oben auch. Und es geht darum, dass sie jetzt ganz anders aussieht, als sie vorher aussah. Also ich kann euch mal zeigen, wie die Startseite vorher aussah, und zwar so. Und jetzt sieht die Startseite einfach so aus. Ich danke nochmal an die Bilder, es sind zwei Bilder auf dieser Website, die sind von ZombieX gemacht. Ja, danke dir, das ist übrigens das erste Bild. Und, äh, ja, hier ist einmal mein, also hier ist so ein Bild mit Mein Master Website. Und oben ist mein Logo, Mein Master Website, äh, Mein Master Minus Website. Und, äh, ja, hier steht ein bisschen was über mich, äh, warum ich angefangen habe oder wann ich angefangen habe mit YouTube und warum ich die Website gemacht habe. Und dann habe ich hier unten nochmal drunter geschrieben, für alle, die gerade sagen, ey, du brauchst aber dafür eine Impressum brauche ich nicht. Denn, ich lese euch das ganz kurz vor, diese Website, die nicht zu gewerblichen Zwecken und ist rein aus Spaß entstanden. Deshalb benötige ich für diese Website auch kein Impressum. Wenn Sie mich dennoch erreichen wollen, tun Sie das bitte unter dieser Mail, mymasterinfo.gmx.de. Diese Website entstand im Jahr 2021. Das ist sozusagen mein Impressum, denn du musst nur oder du brauchst nur ein Impressum oder du musst ein Impressum haben, wenn du etwas Gewerbliches machst. Wenn ich weiß, was das bedeutet, das bedeutet eigentlich nur, im Grunde genommen, dass du halt, ähm, zum Beispiel jetzt, wenn du T-Shirts verkaufst oder wenn ich Merch verkaufen würde, dann bräuchte ich eine, ein Impressum, wo Adresse, äh, oder die Firmenadresse steht, äh, Name am besten auch noch, Telefonnummer, also Kontaktdaten und sowas. Dafür brauche ich dann ein Impressum. Auch egal, welcher Online-Shop und so, das, alle brauchen da ein Impressum. Genau, und worauf ich jetzt am meisten stolz bin, sind die anderen Seiten, auch hier zum Beispiel die Buttons. Guck mal, wie die hochfahren, die werden so schwarz und dann fahren die so hoch und die haben auch so einen kleinen Schatten da. Das finde ich echt nice. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal den Live-Sub-Counter an. Hier ist nämlich mein Live-Sub-Counter. Hier sehen wir 352 Abonnenten, danke nochmal dafür. Und, äh, das ist sozusagen auch so ein bisschen mein 350-Abo-Special mit. Und, äh, ja, also hier sehen wir einmal meinen Sub-Counter. Und dann können wir wieder zurück auf Live-Sub-Counter. Ich habe jetzt übrigens alles so gemacht, dass es so alles von den Buttons her und von den Überschriften her so ein Design hat. Hier können wir Schere, Stein, Papier spielen. Schere ist 1, Stein ist 2 und 3 ist Papier. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die gut gedingene Schere. Unentschieden, ah, dann probiere ich mal Stein. Ah, auch immer noch unentschieden. 3, was ist? Ich gewinne. Das war jetzt gerade, äh, Papier. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. 2. Du gewinnst gegen Schere, okay. Das ist der zweite Punkt für mich. Und 1 nochmal. Aha, ob der Bot hat gewonnen. Und 3. Unentschieden, Alter. 2. Nein. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Ganz knapp. Du hast das Spiel gewonnen, super. 3 zu 2, das kennt ihr alle schon. Und dann habe ich hier auch noch was gemacht. Und zwar, dass man einmal hier nochmal das Bild, das ist auch von Zombie X gemacht, sieht. Da habe ich ein Microfabier, wie man nur tracken kann, eine Schere. Und hier ist noch ein Cobblestone. Und dann haben wir hier nochmal das Impressum, sage ich mal. Hier können wir jetzt zurück zur Startseite oder nochmal spielen. Wenn man nochmal spielt, ähm, kann man das Ganze nochmal machen. Ich mache das mal eben gerade die ganze Teil 1. Gewinne ich. Tatsächlich, ich habe sogar nochmal gewonnen. Und jetzt kann ich auf Startseite, bin wieder hier, dann können wir uns jetzt nochmal meinen Kontakt angucken. Und zwar einmal kommt man jetzt hier, wenn man hier drauf klickt, würde man zu Discord weitergeleitet werden und könnte mein Discord-Server beitreten. Und wenn man zum Beispiel hier drauf klickt, wird man zu seinem E-Mail-Programm weitergeleitet und kann an mich eine E-Mail schreiben. So. Dann haben wir hier noch meinen Kanal. Das ist ganz einfach. Hier ist ein YouTube-Video von mir, meine Montage. Hier kann man sich auch nochmal angucken. Genau. Und man kann hier einfach auch nochmal alles einstellen. Auch die Qualität und so. Das kann man alles einstellen. Und dann ganz zum Schluss kann man hier drauf klicken. Und kann, kommt zu meinem YouTube-Kanal und kann mich dort abonnieren. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist die Seite, äh, Seite um einiges kleiner. Na, dennoch ist die aber viel strukturiert, hatten so ein immerwertendes Design. Das heißt, das Design bleibt. Und das finde ich einfach total wichtig für eine Website. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, nochmal ein anderes Overlay zu machen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Euer Mömer Star M.M. Ciao. Ciao.